Das Wetter ist perfekt, das Wetter ist perfekt. Dieser Strang gefällt mir sehr gut, dieser Strang gefällt mir sehr gut. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wir tanzen draußen im Park, wir tanzen draußen im Park. Wir fliegen in den Urlaub, wir fliegen in den Urlaub. Wir wandern in den Bergen, wir baden im See. Wir wandern in den Bergen, wir baden im See. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Oh, äh ja, ah, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Oh, äh ja, ah, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hallo Deutschschule! Deutsch lernen mit Spaß. Ich freue mich auf die vielen tollen Sachen, die ich machen werde. Ich freue mich auf die vielen tollen Sachen, die ich machen werde. Ich werde am Strand liegen. Ich werde etwas in einem Restaurant trinken. Ich werde etwas in einem Restaurant trinken. Ich werde einen Vergnügungspark besuchen. Ich werde mit der Achterbahn fahren. Ich werde ein Motorrad mieten. Damit werde ich übers Land fahren. Ich werde Kanu fahren. Ich werde beim Fischen einen Fisch fangen. Ich werde draußen im Zelt übernachten. Ich werde ein Konzert besuchen. Ich werde am Feuer sitzen. Ich werde surfen gehen. Ich werde tolle Fotos schießen. Ich werde neue Leute kennenlernen. Ich werde neue Leute kennenlernen. Ich werde im Restaurant essen. Ich werde im Restaurant essen. Ich werde ein Schloss besichtigen. Ich werde ein Schloss besichtigen. Das wird sicher ein toller Urlaub. Das wird sicher ein toller Urlaub. Was wirst du im Urlaub machen? Schreib deine Urlaubspläne in deinen Kommentar. Mein Koffer ist schwer. Mein Koffer ist schwer. Ich habe viele Sachen eingepackt. Ich habe viele Sachen eingepackt. Ich habe einige T-Shirts eingepackt, damit ich immer frische Kleider habe. Auch meine Flipflops habe ich dabei, sodass ich mir nicht die Füße im Sand verbrenne. Auch meine Flipflops habe ich dabei, sodass ich mir nicht die Füße im Sand verbrenne. Die Sonnencreme kaufe ich mir vor Ort, da ich sie nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Die Sonnencreme kaufe ich mir vor Ort, da ich sie nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Gegen das UV-Licht habe ich auch eine Sonnenbrille dabei. Gegen das UV-Licht habe ich auch eine Sonnenbrille dabei. Um etwas lesen zu können, habe ich ein deutsches Buch mitgenommen. Um etwas lesen zu können, habe ich ein deutsches Buch mitgenommen. Natürlich habe ich auch einige Kleider dabei. Natürlich habe ich auch einige Kleider dabei. Was wirst du im Urlaub machen? Schreib deine Urlaubspläne in deinen Kommentar. Hallo Deutschschule! Deutsch lernen mit Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.